Corona und Co. Zeit für ein Update an den Kapitalmärkten. Zunächst natürlich die Frage mal, wo kommen wir eigentlich her? Wir haben die Phase gehabt nach der Finanzkrise, bei der die Marktteilnehmer immer wieder überrascht wurden, wenn es Probleme gab. Sie erinnern sich vielleicht an die Griechenlandkrise, die Euro-Krise, damals Staatsanleihenrenditen der Peripherie bei rund 7%. Man fragte sich, wird der Euro die nächsten Quartale noch erleben? In diesen Phasen wurden die Marktteilnehmer typischerweise stark von den Notenbanken überrascht. Es gab Maßnahmen, drastische Zinssenkungen, es gab Anleiheaufkaufprogramme in den Markt, sehr viele Diskussionen darüber, was marktwirtschaftlich und ordnungspolitisch noch vertretbar ist. Aber im Ergebnis muss man sagen, die Bogen wurden geglättet, aber die Marktteilnehmer haben sich auch daran gewöhnt, dass sie positiv überrascht werden, dass die Notenbanken also mehr tun, als man es erwartet hat. Dementsprechend waren diese Ergebnisse auch immer dieses By the Dip. Die Marktteilnehmer wurden darauf konditioniert, wenn die Märkte fallen, dass dies stets Kaufgelegenheiten sind, also diese zu nutzen, um Positionen entsprechend aufzubauen. Wenn wir das Ganze mal etwas weiter denken und uns das aktuelle Umfeld anschauen, dann stellen wir fest, dass wir vor rund drei Wochen noch in einem globalen Anlagennotstand waren, sehr niedrige Renditen. Es wurde alles gekauft, was noch irgendwie die Chance hat, reale Renditen nach Inflation zu produzieren. Und nun der kombinierte Schock aus Corona und OECD. Wir haben wiederum Maßnahmen der Europäischen Zentralbank und auch gestern der US-Notenbank gesehen und wir sehen, dass die Märkte darauf tendenziell erstmal mit Abgaben reagieren. Warum ist das so? Aus meiner Perspektive liegt der Grund darin, dass die Marktteilnehmer diese Notenbankinterventionen antizipieren. Man fordert sie quasi, man blickt auf die Stressindizes, auf die finanziellen Konditionen und ähnliches und sagt, hey, die Notenbank muss doch was tun. Diese Notenbankinterventionen kommen auch, aber da sie erwartet werden, überraschen sie nicht mehr positiv. Dementsprechend, man nimmt sie hin, sie liegen im Rahmen der Erwartungen. Das heißt, man nimmt sie nicht mehr nur positiv wahr, sondern als, ich sag mal, Gott gegeben. Im nächsten Schritt haben wir aktuell eine Phase, wo wir durch das Coronavirus alle im privaten und im betrieblichen Umfeld Einschränkungen sehen, die keiner von uns bisher erlebt hat. Wir sehen, dass die Vorsichtsmaßnahmen letztendlich auch wirtschaftliche Schäden produzieren. Das heißt, im Ergebnis haben wir die Situation, dass diese Notenbankmaßnahmen, die früher als positiv wahrgenommen werden, nun eher als negativ wahrgenommen werden, weil man hat sie schon antizipiert und stellt sich nun die Frage, Moment mal, nichts ist einschätzbar und wenn die Notenbanken und die Staaten jetzt so stark reagieren, wie sie es tun, dann wissen die vielleicht mehr als ich und dieses mehr als ich bedeutet, oh mein Gott, die Risiken könnten vielleicht größer sein, als man das aktuell antizipieren würde. Das heißt, im Ergebnis passt das natürlich sehr gut zusammen. Thema menschliches Verhalten, wir spüren eine Verunsicherung. Diese Verunsicherung sehen wir auch an den öffentlichen Stellen, weil natürlich Grenzschließungen, der Eingriff in die öffentliche Bewegungsfreiheit und ähnliches als Einschränkungen wahrgenommen werden. Das erhöht erstmal die Verunsicherung, auch wenn es sachlich Sinn macht. Und ähnlich ist es auch mit den Notenbankmaßnahmen vielleicht. Es mag vielleicht nicht richtig sein, so stark zu agieren, aber um das System zu schützen in diesen Maßnahmen oder mit diesen Maßnahmen, die wir sehen, die könnten halt einfach notwendig sein, weil das System eben so aufgebläht ist, wie es ist, weil wir uns in einer Staatsverschuldung befinden, wie wir sie sehen, weil wir gesellschaftlichen Druck haben, die uns zwingen, eben davon diesen ordnungspolitischen System abzuweichen. Also, ich glaube, das ist die Situation, die wir aktuell haben. Und wenn wir uns da das Ganze mal nach vorne denken und uns überlegen, wie die Konsequenzen sind, dann muss man sagen, wir sind nicht in einem Beide-Dip-Umfeld. Das bedeutet beispielsweise auch, wenn Sie über ein Rebalancing nachdenken, zwischen im Preis gestiegenen Anleihen oder auch Gold, wenn Sie einen längeren Zeitraum betrachten, und den Aktien, dann wären wir da meines Erachtens noch zu früh. Wir müssen aktuell ein bisschen auf Sicht fahren. Es gilt darum, vor allem natürlich auch die Extremrisiken zu vermeiden. Also, sprich, jetzt zum Beispiel Segmente des Kapitalmarktes, die sehr stark durch Kreditrisikoprämien getrieben sind, die sollte man vielleicht meiden. Auch die Themen, wo sie sehr, sehr illiquide sind, vielleicht auch in Relation zu ihrer Vermögensstruktur zu hoch, die sollte man auch meiden. Also, das sind die Punkte, weil alles in allem, wir befinden uns in diesem Umfeld, was ich eben versucht habe zu skizzieren, die langfristigen Maßnahmen, die notwendig sind, um das Finanzsystem zu schützen, die Maßnahmen, die langfristig sinnvoll sind, um natürlich auch jedes Gesundheitssystem und die Schwächeren in der Gesellschaft zu schützen. Die wirken momentan krisenverstärkend, weil sie die Verunsicherung noch erhöhen. Und das Ganze wird jetzt noch eine unbestimmte Zeit so weitergehen. Irgendwann wird sich das wieder drehen. Dann wird man feststellen, die Welt dreht sich weiter. Vieles kommt nicht so schlimm, wie man es erwartet hat. Und dann wird man feststellen, wir sind in einer Welt, in der auch der wichtigste Zins der Volkswirtschaft, nämlich der US-Leitzins, mittlerweile bei Null ist, in der Staatsanleihenrenditen selbst bei 30-jährigen Laufzeiten nicht die Inflationsrate ausgleichen. Und dann werden wir wieder einen neuen Anlagenotstand haben. Dementsprechend, man kann es versuchen, sehr stark zu timen und die richtigen Momente abzugreifen. Wenn Sie das glauben, nicht zu können, ich bin der Meinung, niemand kann es, dann werden Sie sich tendenziell immer in gewissen Bändern bewegen. Dann werden Sie nie top sein, aber Sie werden immer sehr vernünftig mitlaufen. Und Sie haben auch so natürlich eine realistische Möglichkeit, langfristig die Kapitalmarktrenditen zu verdienen und nicht eben nur in der jetzigen Phase Verluste zu vermeiden. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen, einen entspannten Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.